Ich möchte mit uns einfach noch ein Stück Wort Gottes anschauen, zu uns mit ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes beschäftigen, die ich angefangen hatte vor längerer Zeit mal vorzubereiten und die sich nach und nach zu einer Lehre entwickeln. Es wird wahrscheinlich heute der erste Teil von mehreren Teilen sein, vielleicht von zweien, mal schauen. Machen wir heute einen Anfang und möchte mit euch ein Thema teilen, was mich bewegt und berührt hat. Und zwar ist das die Auferstehung von Jesus Christus und dass er wiederkommt, diese beiden grundlegenden Tatsachen aus dem Wort, das Fundament für das Evangelium. Was hat das morgen früh mit uns zu tun? Das ist der große Rahmen und da nehmen wir heute einen kleinen Teil davon raus. und möchte mit dem Zusammenhang anfangen, was die Auferstehung Jesu Christi und unsere Taufe im Zusammenhang sind. Da lesen wir zunächst in Kolosserbrief Kapitel 3. Vers 1 bis 4. Da steht, Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Und für heute wollen wir über einige Teile von diesen vier Versen nachdenken. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, sind wir oder sind wir nicht? Es steht, dass wir mit dem Christus auferweckt worden sind im Wort. Und dieser Gedanke geht los, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid und es wird als Tatsache vorausgesetzt, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Da steht, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und das ist etwas, was wir heute nicht als Schwerpunkt haben. Das heißt einfach, beschäftigt euch in dem, was euch die ganze Zeit umtreibt, mit dem, was bei Jesus ist. Und nicht mit dem, was hier uns so massiv umgibt. Denkt drüber nach, beschäftigt euch mit dem, lasst euch davon bewegen, begeistern, beeindrucken, von dem, was oben ist, wo der Herr Jesus Christus ist. Und wird echt oben und unten genannt, wie wir es hier lokalgeografisch haben, unten die Erde, oben der Himmel, im physikalischen und so auch im geistlichen, unten die Erde, oben der Himmel. Und Jesus Christus ist oben, das heißt, er lebt in einem Bereich, der nicht von dem irdischen Ding so in irgendeiner Weise beeindruckt ist. Er lebt in einem vollkommenen Reich, wo nur er der Herr ist. Also wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, das heißt, es ist möglich, dass wir mit dem Christus auferweckt worden sind. Und Vers 3 weiter, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Nun freue ich mich, dass wir alle quicklebendig hier sitzen, atmen können und lächeln können, uns freuen können und preisen und tanzen, unsere Kinder genießen. Und doch steht hier, denn ihr seid gestorben. Und ich glaube, das war an Leute gerichtet, die zu dieser Zeit diese Texte lesen konnten, hören konnten und drüber nachdenken konnten. Und trotzdem steht, denn ihr seid gestorben. Und das, glaube ich, ist in einem ganz engen Zusammenhang mit dem, was wir im Römerbrief im Kapitel 6 lesen. Da steht Römer 6 ab Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind, mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist der Ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für Tod, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wenn wir im Kolosser 3 lesen, den Vers 3, Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben, verbirgt sich darin dieser Vorgang, dass wir das, wie wir gelebt haben, ohne Gott für Tod erklärt haben. Dass wir gesagt haben, das ist jetzt gestorben für mich. Dieses Leben ohne Jesus, dieses Leben ohne Erlösung, ohne Rettung durch sein Blut, das ist gestorben. Das, was ich gelebt habe nach meinem eigenen Kopf, das ist gestorben. Das, was ich gelebt habe als ein Mensch, der Sünder ist, das ist gestorben. Ist für mich gestorben und es ist zusammen mit Jesus Christus gekreuzigt und begraben. Das heißt, denn ihr seid gestorben. Und wenn wir das nicht sind, dann werden wir auch nicht mit ihm leben. Das ist das Geheimnis der Taufe. In der Taufe machen wir es zu einer endgültigen Realität, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind. Wir haben es im Glauben vollzogen, dass wir gesagt haben, Herr Jesus, vergib mir meine Sünde. Wir haben es im Glauben vollzogen, dass wir gesagt haben, Herr, regiere du über mein ganzes Leben und ich lebe nicht mehr nach meinem Kopf, nicht mehr nach meinem sturen Plan. Regiere du über mich. Ich bin ein Sünder, ich brauche Erlösung und ich weiß, ich kann mich selber nicht gut machen und wenn ich noch so viele Regeln einhalte, ich kann mich trotzdem nicht gut machen. Vor dir wird es nicht reichen. Deswegen muss das, was aus meiner Anstrengung kommen kann, gestorben sein. Das heißt, Buße tun. Ich bitte den Herrn Jesus um Vergebung für meine sündigen Taten und es heißt auch, ich bitte den Herrn um Vergebung, dass ich ohne ihn gelebt habe und ich höre auf damit, mich selbst für gerecht zu halten. Ich höre auf damit, zu sagen, es ist ja jemand schlechter als ich, deswegen muss Gott ja mich annehmen. Ich höre einfach auf mit den ganzen Sachen und sage, Herr, vergib mir, rette mich, erlöse mich durch deinen Opfer. Das, was du erlitten hast, das brauche ich als stellvertretenden Preis, dass ich vor dem allmächtigen Gott gerettet sein kann, angenehm sein kann. Dadurch wird ein Mensch von neuem geboren, also die Herrschaft von Jesus Christus über seinem Leben als die absolut gültige Herrschaft anerkennt und sein eigenes altes Leben für gestorben erklärt. Und das kann wirksam sein, weil Jesus Christus gestorben ist am Kreuz. Nur deswegen können wir selbst auch der Sünde gestorben sein. Nur deswegen gibt es die Möglichkeit, dass wir der Sünde gegenüber tot sind und dem alten Leben ohne Gott gegenüber tot sind. Und ich möchte, wenn unter uns jemand ist, der diesen Schritt noch nicht ganz konkret gegangen ist, bitte tu das. Geh zu jemandem und sag, Herr Jesus, ich möchte, dass du mich rettest. Nimm dir jemanden, der diese Rettung schon erlebt hat und bitte ihn um Hilfe, weil ohne diese Rettung sind wir ewig verloren und können nicht in Gemeinschaft mit Gott sein, auch nach unserem Tod nicht. Das heißt, damit wir mit Jesus leben können, müssen wir vornweg gestorben sein. Und gestorben sein heißt auch, durch die Taufe begraben sein. Das Wort der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist, hat deswegen die Taufe eingesetzt, dass es auch ein Begräbnis gibt, wo diese Tatsache, dass wir uns für gestorben halten, eine Endgültigkeit erfährt, wie wir es im Natürlichen haben. Wenn eine Person gestorben ist, ist sie gestorben. Das Leben ist nicht mehr in ihr. Der Leib kann keine Reaktionen mehr zeigen. So sollen wir der Sünde gegenüber tot sein und so ist unser altes Leben einfach nur tot und kann einfach nicht mehr auf das reagieren, was der Feind so machen möchte. Aber nach diesem Tod braucht es im Natürlichen das Begräbnis. Damit ist der Tod endgültig besiegelt, wenn eine gestorbene Person, der Körper einer gestorbenen Person begraben ist und mit Erde bedeckt wird. Damit ist dieser Tod endgültig besiegelt. Und das muss in der Taufe geschehen, dass wir sagen, Herr Jesus Christus, das, was ich im Glauben ergriffen habe, ist jetzt auch endgültig besiegelt. Und zu dem Gestorbensein mit Jesus Christus gehört dieser Akt des Glaubens und es gehört die Taufe, das Begräbnis. Beides gehört dazu, dass wir sagen können, ich bin mit Jesus Christus gestorben. Deswegen auch meine Bitte an alle, die, falls jemand unter uns ist, der sagt, das mit der Taufe habe ich schon mal gehört, aber es ist für mich keine Realität. Wenn ihr erwachsen seid und diesen Schritt noch nicht gegangen seid, bitte lasst das nicht hinhängen. Sucht jemanden, der euch darüber aufklären kann. Kommt zu uns, lasst dich taufen. Und wenn das geschehen ist, kannst du sagen, ich bin gestorben, Kolosser 3, Vers 3, und mein Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und ich halte das für eine beeindruckende Tatsache. Ich bin gestorben und mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Bin ich nun gestorben oder bin ich lebendig? Indem wir in Jesus Christus in der Taufe mit seinem Tod gleichgemacht sind und mit ihm begraben werden, geschieht das Geheimnis, dass unser Leben in Jesus Christus ist. Und Jesus Christus ist als Gott selbst, als der Sohn Gottes, Teil Gottes, so sind wir in ihm verborgen, in Gott. das sagt das Wort. Und mich erfüllt das mit Ehrfurcht, mit Erstaunen und ich weiß, dass ich davon noch nicht alles erfasst habe, was das heißt. Aber ich möchte es gerne lesen, dass wir daraus Hoffnung schöpfen. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es kann uns niemand rauben, es kann uns niemand wegnehmen, es ist jetzt schon ewiges Leben in Jesus Christus. Und dann steht Vers 4, wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das bedeutet, wenn Jesus Christus wiederkommt und er kommt wieder, dann wird auch unser Körper, sei es, dass wir hier noch da sind, verwandelt werden, sei es, dass er im Grab liegt und verwest ist, auferweckt werden und neu geschaffen werden. Gott wird uns als ganzen Mensch neu schaffen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Bis dahin bleiben wir aber lebendig, weil wir jetzt schon ewiges Leben haben durch Jesus Christus, wenn wir ihm gehören. Unser Leben ist mit Jesus Christus verborgen in Gott und wenn er kommt, werden wir auch einen neuen Körper bekommen. Da werden wir dann beim nächsten Teil ausführlicher drüber reden. Wenn aber der Christus offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden, in Herrlichkeit. Wir würden noch mal zusammenfassen, so drei, ne vier Punkte, die wir aus diesem Text uns entnehmen können. Was war geschehen? Was ist die Tatsache? Im Vers 1, wir sind auferweckt worden, wenn wir zuvor gestorben sind. Wir sind beides gestorben und auferweckt worden in Jesus Christus, mit ihm zusammengebunden durch die Taufe und den Tod in ihm zusammengebunden in seinem Leben. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind auferweckt worden und wir sind zuvor gestorben. Das sagt dieses Wort. Was findet jetzt gerade statt nach diesem Bibelfers? Jetzt gerade ist Jesus Christus zur Rechten Gottes und wir sind mit ihm zusammen verborgen in Gott. Das ist jetzt gerade. Und was wird sein? Der Messias Christus wird kommen und wird offenbar werden in Herrlichkeit, in absolut überwältigender Macht und Kraft und für alle zu sehen sein und wir werden mit ihm auch offenbar werden. Wir werden praktisch mit ihm auch wieder erscheinen und wir werden auferstehen, unser natürlicher Mensch wird auferweckt werden, neu geschaffen werden. Wir werden in einem Auferstehungskörper eine auferstandene Person sein mit Geist, Seele und Körper. Was sagt uns dieser Vers, was wir deswegen machen sollen? Die Schlussfolgerung für dem Morgen früh, weil es war meine Wunsch und meine Suche aus diesen Versen herauszufinden, was ist das denn Morgen früh? und die praktische Anleitung aus diesem Text ist, wir suchen, wir überlegen, sinnenstrecken uns nach dem aus, was bei Jesus Christus ist. Und dann sagt uns dieses Wort weiter, dass wir uns nicht auf das ausrichten, auf das, was auf der Erde ist. Wir dürfen Abstand haben von bösen Nachrichten. Wir dürfen und müssen Abstand haben von Verführung zur Sünde. Das ist etwas, was auf unserer Seite zu tun ist. Natürlich wissen wir, dass wir auf dieser Welt leben und wir haben Mitleid und wir sind beeinflusst und wir sind auch nicht weltfremd. Aber was unser Herz beschäftigt, das Wort sagt, dass es das ist, was bei Jesus ist und dass es nicht das ist, was auf der Erde ist. Für mich ist das auch eine ermutigende, befreiende, erlösende Botschaft. Wir dürfen uns mit Dingen beschäftigen, die bei ihm sind und wir dürfen es lassen, uns mit Sachen zu beschäftigen, die auf der Erde sind. Und dann geht es weiter im Kolosser 3, Vers 5 bis 17, verschiedene Verse, möchte ich dann noch vorlesen. Da steht, als Schlussfolgerung auf diese Tatsache, wir sind mit dem Christus auferweckt, weil wir zuvor gestorben sind und weil unser Leben mit dem Christus in Gott verborgen ist, steht Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Hauptsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. das heißt, die Schlussfolgerung aus dieser Tatsache, wir sind mit Jesus Christus gestorben, wir sind mit ihm auferweckt und unser Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott. Die reale, diese praktische Auswirkung von dieser Tatsache ist, dass wir das für tot erklären, was einfach zu dem irdischen Wesen gehört und dass wir das auch permanent für tot erklären. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft im Sinne von Eifersucht oder sowas, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Das heißt, es ist nach diesem Wort nicht mehr Teil der Leute, die gestorben und auferstanden sind in Unzucht, Unreinheit, Habsucht, Götzendienst, Begierde zu leben. Und da das die geistliche Grundlage für unser Leben ist, nehmen wir es so und sagen, das ist nicht mehr mein Teil, dem bin ich gestorben und ich habe ein neues Leben, ich lebe so, wie der Herr Jesus Christus möchte. Und dann legen wir auch das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Auch hier lesen wir im Vers 9 wieder, dass etwas geschehen ist, wir haben den alten Menschen ausgezogen, das ist nicht mehr unser Teil, wir sind neu, wir sind gestorben, ausgezogen. Und wir haben den neuen Menschen angezogen, wir sind zu einer neuen Schöpfung geworden durch Jesus Christus. Und ich habe das auch schon mal gesagt, möchte ich es hier nochmal wiederholen, das ist eine von Gott gegebene Tatsache durch das Opfer von Jesus Christus. Wir sind, das Alte ist gestorben und wir sind ein neuer Mensch, durch ihn neu gemacht. Wir sind ein neuer Mensch in Jesus Christus. Und dann steht der interessante zweite Teil, der erneuert wird. An dieser Stelle gibt es lehrmäßig manchmal Schräglagen, dass Menschen betonen, du musst nach Erneuerung streben, dass du irgendwann mal genug Leistung gebracht hast, dass Gott dich angenehm findet. Das ist falsch. Und es gibt die andere Seite, die sagt, du bist schon erneuert, was strengst du dich an? Du kannst machen, was du willst, du bist sowieso neu. Beides ist nicht wahr und in diesem Vers ist die Wahrheit so wunderbar zusammengebunden. Weil wir eine neue Schöpfung sind, können wir täglich erneuert werden. Lass uns das einfach annehmen und daran leben und sagen, Herr, ich will Tag für Tag so leben, wie ich mit dir gestorben bin und auferstanden bin. Ich möchte Tag für Tag so leben, dass das, was ich tue, auch dem entspricht, was Tatsache ist von dir. Und ich möchte zunehmen darin, dass das, was du als Tatsache gegeben hast, auch in meinem Leben Realität wird. Tag für Tag. Dass wir erneuert werden, geht nur deswegen, weil wir schon erneuert sind. Und es entbindet, dass wir erneuert sind, entbindet uns nicht davon, täglich erneuert zu werden. Und das ist etwas, wo wir ganz stark sehen, dass wir das Wort Gottes im Glauben, nur im Glauben verstehen können. Und wenn man versucht, das mit menschlichem Verstand zu erfassen, geht es schief. Aber wir können es doch mit Glauben ergreifen. Dafür haben wir den Glauben ja bekommen. Dass wir im Glauben annehmen können, ich bin mit Jesus Christus gestorben und bin mit ihm auferweckt. Mein Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott. Ich bin eine neue Schöpfung. Und weil ich eine neue Schöpfung bin, kann ich täglich das für tot erklären, was zu dem gehört, was gestorben ist. und kann ich täglich verwandelt werden zu dem, der ich schon bin. Und diese Realität, dass wir gestorben und auferweckt sind, die wird durch die Taufe in unserem Leben eine praktische Realität. Dafür ist die Taufe gegeben. Und letzten Endes auch, was in Römer 6 steht, wollen wir das auch nochmal nach diesen vier Gesichtern Geschichtspunkten anschauen, was war durch die Taufe auf biblischer Grundlage geschehen, wenn es eine Taufe nach dem Wort Gottes ist. Wir sind der Sünde gestorben, wir sind mit ihm begraben und wir sind in ihm, dass wir mit ihm auch auferweckt werden, auch körperlich, leiblich auferweckt werden. Was ist jetzt gerade? Wir leben in dem neuen Leben, was wir in Jesus Christus haben, so wie Jesus aus den Toten auferstanden ist. Leben wir auch jetzt als Auferstandene in ihm, in der Kraft seiner Auferstehung. Und im Römer 6 steht, was sollen wir deswegen tun als Schlussfolgerung in unserem Alltag? Wir sind der Sünde gegenüber eine Leiche. Und eine Leiche kann man antippen und die reagiert nicht drauf. Das ist das Bild, was das Wort Gottes sagt. Wir halten uns der Sünde für tot. Wir halten uns dem, was Sünde ist, für so unempfänglich, für so reaktionslos wie ein Leichnam. Und wir sind dem Herrn gegenüber quicklebendig. Wenn er uns berührt, sind wir so lebendig wie die Kinder, die wir vorhin gesehen haben. Oder so lebendig, wie David, der tanzt. Oder so lebendig und lebensfroh und voller Kraft, wie er uns das geben möchte. Dann steht weiter, was sollen wir deswegen tun, dass wir gestorben und auferstanden sind. Wir geben der Sünde keine Herrschaft. Und als letztes, Römer 6, möchte ich nochmal aufschlagen. Mit einer Hand blättern. Das wird noch. Wer mitschlagen möchte, kann es gerne tun, mit aufschlagen möchte. Ja, im Römer 6 steht als Schlussfolgerung im Vers 12 bis 14. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das ist letzten Endes das To-Do, die Alltagsfolge dafür, dass wir mit Jesus Christus gestorben, begraben und auferstanden sind. Stellt eure Glieder, also euren Körper, euer Vermögen, eure Kraft, Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Lass uns das ergreifen, dass wir auferweckte Menschen sind, die Lebende aus den Toten sind. Wir sind Menschen, die schon mal gestorben waren und jetzt leben. Wir halten es so oft für beeindruckend, wenn Menschen einen Bericht abgeben, die schon mal eine Nahtoderfahrung gemacht haben oder so. Ich hoffe, dass wir im Sinne auf unserer alten Natur eine Volltoderfahrung gemacht haben und dass wir daraus das Bewusstsein haben, wir sind auferweckt. das Alte ist vergangen. Wir leben in einem neuen Leben und wir können voller Dankbarkeit sein, dass der Herr uns auferweckt hat. Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit, als Lebende aus den Toten. Und ich glaube, dass es in dem Wort steht, dass wir, wenn wir sagen, Mensch, wir wären ja schon mal gestorben worden, auferweckt worden, ja der, der setzt sein Leben ganz für Jesus ein, weil der weiß, was es für ein Ziel hat, was es für ein Ende hat, weil der weiß, dass es sich lohnt, weil der schon mal im Himmel war und das Ziel kennt. Das sagt das Wort, das ist unsere Mentalität. Wir sind Lebende aus den Toten, wir sind aus dem Tod gerettet. Gott hat uns auferweckt, weil wir mit, weil wir schon gestorben waren, weil wir in der Sünde tot waren. Er hat uns auferweckt. Lasst uns in diesem Bewusstsein leben, dass wir eine neue Schöpfung sind, die durch das Opfer von Jesus Christus der Sünde gestorben sind und mit ihm leben in der Kraft seiner Auferstehung. die sich mit dem der Sünde